Banki, Dachon? Ja, bei Telefon, guten Tag, wer ist da? Ja, guten Tag, hier ist Benjamin von der Firma Infinity Capital. Ich hoffe, Sie haben wegen Ihrer Registrierung bei uns. Am Sonntag? Ja, ich arbeite heute, leider. Aber ist Bank nicht immer zu bei Sonntag? Die Bank ist, ja, aber unsere Firma arbeitet am Sonntag. Oh, okay, sehr gut. Niemals schlafen, immer Geld verdienen, das ist sehr gut. Ich versuche mein Bestes, danke. Ja, ich auch, ich auch immer machen, immer reinhauen. Was kann ich Sie gut tun? Kann ich Sie helfen? Ja, Sie haben sich für eine vollautomatische Software registriert, um Bitcoin zu handeln. Bitcoin, ja, Dogecoin will ich haben. Ja, Dogecoin. Dogecoin. Und, äh, ich hoffe Sie an, die Name der, die Plattform heißt Infinity Capital G. Infinity Gay? Infinity Capital G. Okay. Infinity Capital G, ja. Okay, sehr gut. Dann sollte ich vielleicht meinen Kumpel Dorian bei Telefon holen, weil der ist auch Gaylord, okay? Äh, sagen Sie mir, bevor wir fortfahren mit Ihrer Aktivation, weil Sie dieses Konto eröffnet haben. Ja. Ich wollte Ihnen ein paar kurze Fragen stellen, um sicher zu sein, dass Sie mit uns handeln können. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie irgendwelche Erfahrungen mit dem Handeln? Nee, ich wollte jetzt, äh, angucken und anfangen, okay? Okay, also Sie haben früher nie gehandelt. Nein, nein, nicht mit, nicht mit, keine Bitcoin machen, vielleicht Ebay, Amazon Bestellung machen, aber nicht bei Bitcoin gucken, okay? Okay, ja, also, ja, sagen Sie mir, sprechen Sie Englisch. Ist Englisch, äh, vielleicht, äh, leichter für Sie zu sprechen? Ich kann, äh, sehr gut Deutsch reden, okay? Okay. Ich kann, äh, ich kann Mandarin und Hindi reden. Kannst du Mandarin oder Hindi reden? Äh, 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 wosho i di en jen hanju. Oh, sehr gut, sehr gut. Woher kommst du, mein Bruder? Bin du, bin du, ich, Chinese? Nein, ich bin kein Chinesischer, aber ich habe Chinesisch früher, äh, gelernt, aber ich hoffe sehr von Great Britannien. Von Großen Britannien. Von Großen Britannien, okay, sonst immer nur Dealer mit Kleinen Britannien machen, aber Großen Britannien sehr gut. Okay, sagen Sie, ja, ich bin da, sagen Sie mir, äh, bitte, also Sie haben, äh, nie, nie mit Kryptowährungen gehandelt, aber haben Sie vielleicht mit Immobilien oder Aktien? Nein, 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 nicht aber ein, äh, ein Farm, bin, äh, ein, ein Company haben, eigene Company haben, aber nicht mit Internet Deals machen. Okay, also Sie, Sie, Sie sind, äh, selbstständig. Ja, ja, ich habe Ziegenfarm. Ja, Sie haben, Sie haben eine Farm. Ja, Ziegenfarm. Ziegen, Goat. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ja, okay, und, äh, sagen Sie mir, sagen Sie mir bitte, wie jung sind Sie? Ich bin vierundvierzig. Hallo? Ja, ich bin da, äh, also, also, nein, 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 also, sagen Sie mir, Sie sind ein Neuliger, Sie haben für mich gehandelt, also, mein Vorschlag für Sie, dass Sie mit dieser vollautomatischen Software anfangen, ist mit dem Mindestbetrag, also, ich werde Ihnen ganz gut die Software erklären. Ja. Ja, und danach, Sie können mir Ihre Meinung sagen, okay? Ja, das immer machen, das immer machen, weil du willst ein bisschen, wir, sehr gute Jahre wegen Corona, viele Menschen Ziegenbock kaufen, so, äh, für Essen, für, äh, Geländeverteidigung, okay, und wir gute Profit machen, und jetzt wollen wir bei, äh, bei Doggecoin Investment machen. Okay, äh, ja, ja, ich habe Sie voll verstanden, und viele Menschen in dieser Situation mit Corona arbeiten, arbeiten mit Kryptowährungen, weil die Kryptowährungen steigen von Tag zu Tag, es ist ja, es ist ja logisch. Ja, und deswegen, äh, halt auch mit Ziegebock, okay? Okay, also, äh, das System, das Sie angemeldet haben, mehr oder weniger brauchen Sie fast nichts zu tun, Sie müssen sich anmelden und die Autohandeloption aktivieren, verstehen Sie das? Nein. Also, Sie müssen sich, also, Sie haben, Sie haben eine Anmeldung gemacht, Sie haben diese Anmeldung gemacht, und jetzt, ich bin da, Ihnen mit der Kontohandeloption behilflich zu sein. Okay, und wie das erklären, wie kann man Doggecoin kaufen, wie kann man Doggecoin behalten, und wie kann man aus zwei Doggecoin 60 Doggecoin machen? Ja, eine große Erklärung bitte geben, weil liegt nicht verstanden, bei Internet gucken. Also, also, es funktioniert, dass das System arbeitet für Sie. Es wird die, äh, die ganze Markt durchsuchen, alle 60 Sekunden, und er sucht nach großen Bewegungen, Gelegenheiten, wo es möglich sein könnte, ihr Geld gut zu investieren. Und nur dann, wenn, wenn man mit diesem System sicher ist, dass man in dieser Position Geld machen könnte, würde es in Ihrem Namen handeln. Also, das bedeutet, wenn Sie jetzt, äh, an diesem System steigern und Sie wollen mit Doggecoin handeln, Sie aktivieren die Autohandeloption, und das System arbeitet für Sie. Also, das System wird die Markt durchsuchen, nach mehreren, mehreren Doggecoins, und es wird für Sie arbeiten. Und Sie würden nach, äh, Sie würden nach, äh, ein, zwei, drei Wochen mehrere Doggecoins haben und ihren potenziellen Gewinn haben. Ja, das ist wie so ein Truffelschwein, den bei Internet rumgucken, wo kann man Doggecoin finden, Doggecoin ausgraben und bei Mine bringen, ja? Ja, ganz genau, das ist ein sehr gutes Beispiel. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, und wie heißt denn Computer? Was ist seine Name? Wie meinen Sie den Computer? Die Name des Plattforms ist Infinity Capital G. Nee, ja, Infinity Capital G, okay, sehr gut. Was ist, ähm, nee, denn Software? Software, einen Namen haben? Hallo? Gut, voll, ja, ich bin da. Die Name der Software ist vollautomatische Software. Also, der Name, weil ich muss ja, weil das ist ja, ähm, eine Software soll hier für mein, für mein Company, für meine Firma arbeiten, dann muss ich hier einen Arbeitsvertrag machen. Da kann ich hier nicht vollautomatische Software reinschreiben. Dann muss ich hier einen richtigen Namen haben. Versionnummer und Name, okay? Ja, aber wenn Sie diese einmalige Einzahlung machen, danach würden Sie sehen, wie die Software, Sie werden auf Ihrem Konto das Betrag sehen und danach, Sie würden in irgendwelche Kryptowährungen, Aktien oder so etwas, dass Sie handeln möchten, Sie können investieren. Ja, aber ich muss doch, bevor ich kann, ich einen eingestellt machen, muss ja nach Sozialgesicherungsrecht, muss ich Arbeitsvertrag haben für neue Arbeitnehmer, also muss ich mir sagen, wie heißt, äh, die Software, weil ich muss den Arbeitsvertrag geschrieben machen. Banshot. Äh, also, Sie müssen das nicht machen, weil hier, äh, ja, aber... Ich will in Nordkorea, weil ich will die alle richtig machen, sonst Angela Merkel kommen und meine Kopf schlagen. Haha, das habe ich verstanden. Aber hier, Sie, diese einmalige Einzahlung, Sie machen mit einer Visa oder Mastercard oder Sie können es mit einer Banküberweisung machen und danach, Sie würden es auf Ihrem Blatt haben, dass Sie diese, diese, diese Geld investiert haben, weil, weil Sie, Sie müssen, Sie müssen nicht für das Land ein Blatt haben, dass Sie das gemacht haben, also, Sie sind ein Selbst, Sie sind ein Selbstständiger, Sie sind ein Unternehmer, aber Sie brauchen, Sie brauchen nicht das Angela Merkel zu erklären. Und ja, aber den, äh, Arbeitsvertrag machen, weil du kannst keine Schwarzarbeit machen bei Ziegefahren, weil du Menschen, alle schwarze Hautfarbe, aber wir können nicht Schwarzarbeit machen, denn zu viel, verstehst du? Ja, aber wieso ist dieser Arbeitsvertrag wichtig für, für Sie? Ja, für das, äh, für den, äh, Softwarereit, weil du musst ja auch Krankengesicherung haben und Unfallgesicherung und Rentegesicherung, falls denn irgendwann, wegen zu viel Arbeit, kann ich nicht mehr arbeiten, muss ich ja bei Doktor gucken und dann muss man Gesicherung haben, sonst kein Geld bekommen. Für Krankenhaus, okay? Ja, okay, das habe ich verstanden, also, äh, welche Informationen brauchen Sie von mir? Äh, das, äh, Name von Programm und Version Nummer, weil wir ja keine Geburtsdatum haben, wir, äh, Version Nummer nehmen. Hallo? Also, Sie brauchen, äh, wieso ist das so wichtig für Sie? Wege Arbeitsvertrag, okay? Ja, aber sagen Sie mir, wenn Sie diese einmalige Einzahlung machen, Sie brauchen keinen Arbeitsvertrag, weil, äh, Sie mit Kryptowährungen handeln möchten. Also, wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, Sie müssen es, äh, niemandem sagen, dass Sie mit Kryptowährungen handeln, weil, diese Informationen sind persönlich für Sie. Ja. Sie haben, Sie haben nur die Blatt von einer Bank, dass Sie eine Banküberweisung gemacht haben. Ja, ja, ja. Mit unserer Firma und das ist ja alles. Also, Sie haben ein Blatt, das Sie 250 Euro, 500, 1.200 Euro eingezahlt haben und niemand kann etwas sagen. Ja, das ist ja auch kein Problem, aber ich muss ja für den Software-Trading-Maschinen, muss ich ja, äh, Arbeitsvertrag haben. Das muss ich ja unterschreiben, das ist ja meine Angestellten, meine Arbeitnehmer. Und dann muss ich ja vielleicht, will der ja bei Gewerkschaft gehen und dann muss ich, kann ich ja nicht sagen, der hat keinen Namen, weil sonst IG Metall sagen, geh weg, der kann ja nicht Mitglied werden. Kannst du mir einfach sagen, Name von, äh, von Software, dann keine Probleme? Oder bitte Manager geben? Also, es ist ja sehr einfach. Äh, Sie haben diese Plattform, er, die Plattform heißt Definity Capital G. Also, die Software hat keinen Namen. Die Software ist nur vollautomatisch und Sie arbeiten mit dieser Software an dieser Plattform und das ist ja alles. Verstehen Sie das? Sie wollen den Namen, Frage, Zeichen, Punkt. Sie wollen, dass, Sie wollen, äh, den Namen von Software. Ja, Musik für Arbeitsvertrag haben, das kann man da reinschreiben. Bitcoin Superstar. Bitcoin Superstar, okay, warte, muss ich aufschreiben. Genau. Welche Version hat die Nummer? Hallo? Wie bitte? Welche Version Nummer? Welche Nummer brauchen Sie? Ist das 1.0, ist das 0.7, ist das 2.3? Ich brauche das Version Nummer von Software. Software. Update Status, okay. Patch History. Never play on Patch Day. 4.1. 4.1, okay. Dann kann ich Arbeitsvertrag machen. Dann, weil, denn Software muss ja auch, äh, eine Sicherung haben, falls krank werden, komputieren oder, äh, ein Virus bekommen. Dann muss man das wissen. Und ist, äh, ein Bitcoin Superstar bei einem Wort schreiben oder drei Worte schreiben? Zwei, zwei Worte. Welchen? Zwei, zwei Worte schreiben. Ein Bitcoin und dann Superstar eine Wort, ja? Bitcoin eine Wort, Superstar andere Wort, ja. Okay, Superstar, äh, bei Star, äh, den, äh, den Siegfried groß schreiben oder Siegfried klein schreiben? Weil nicht, dass die mir wegen Diskriminierung geklagen. Ja, genau. Das war ein Entweder-Oder-Frage und du sagst, genau. Warum? W-w-w-ein, einen Moment. Hallo, Herr Schandip. Ja, Banki, dann die Rocker, ist hier am Telefon. Ja, gut. Danke, danke schön für die Erklärungen, wie, weil ich habe es nicht gut, äh, ausgesagt. Können Sie mir bitte sagen, was schärten Sie zurück? Was bitte? Was schärten Sie zurück? Wir haben sich appliziert, seit, seit schon, also zwei Wochen, für Onlinehandel und ihr Konten auch nicht aktiviert ist. Ja, 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 Otter? Warum? Ja, Otter zu... Zubach, Otterbach ist, äh, Ihre E-Mail-Adresse, richtig? Ja, wir Otter-Zügden, nicht die persönlich von Online-Auf-Zügden. Genau, genau. Können Sie mir bitte sagen, warum ihr Konten auch nicht aktiviert ist? Weil, Kollege, mir kann ich sagen, was ist Name von Trading-Software? Und, welche Rolle spielt das? Das ist für Arbeitsvertrag, right? Weil das Programm bei meiner Firma arbeiten, muss man Arbeitsvertrag machen. Okay. Sonst soll Angela Merkel kommen. Schlage meinen Kopf. Nein, es gibt keine Verbindung mit Angela Merkel und uns. Also diese Probleme haben wir weggemacht. Was ist die zweite Sorge, das schärten Sie sich zurück? Nee, das ist ja nicht bei Sie und Angela Merkel, aber Angela Merkel bei mir gucken. Bei meiner Company. Nein, nein, nein. Und dann muss ich Arbeitsvertrag haben. Weil Sie benutzen eine Software. Welche Apps haben Sie auf Ihr Handy? Zum Beispiel Gmail, ja? Welchen Arzt? Der heißt auf der Klingel. Wir können auch. Ich habe Applikationen auf Ihr Handy. Ich habe es. knies lo.tv, ich habe WhatsApp, ich habe Gmail, ich habe Ebay, ich habe Amazon. Gut, Hat Angela Merkel Zugriff auf ihr Amazon-Konto oder WhatsApp ab? Nein, kein. Ich nicht wissen. Vielleicht bei FBI gucken. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ok. Warum Sie wissen? Ich weiß. Weil ich habe Erfahrung in diesem Geschäft zum Beispiel. Oh, mit Spionage. Aber trotzdem, genau. Also wenn Sie die Software herunterladen, nur Sie den Zugriff haben auf das System. Also kein anderer Mensch oder keine andere politischexponierte Person. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber meine, weil ich eine Firma habe. Haben Sie verstanden? Haben Sie überhaupt verstanden, wie die Software funktioniert? Nein, Kollege, mir nicht sagen. Ok, ich werde Ihnen erklären. Also Sie haben sich registriert mit einem vollautomatischen System für Handeln. Ja, und meine Frage ist gewesen, wie heißt denn Vollautomatik System? Das muss doch einen Namen haben. Okay, was brauchen Sie noch zu wissen? Den Namen vom Programm möchte ich gerne wissen. Ja, er hat es auch gesagt. Ja, wie heißt bitte? Ich habe noch nicht geschrieben, weil Sie dann bei Telefon gekommen sind. Ja, genau. Sie es geschrieben haben. Ja, aber Sie bei Telefon kommen, wo er eine Klärung machen. Also wie bitte Programm machen. Er hat es auch gesagt und er hat auch erklärt, wie das ganze System funktioniert. Und meine Frage für Sie, jetzt schwäche ich. Also Sie, Sie möchten nur mit uns Zeit verlieren. Nein, ich will Doggecoin kaufen. Nicht zu Kollegen sagen, will ich Doggecoin kaufen. Nein, 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 nein. Aber muss ich wissen, wie funktionieren. Und mir nicht sagen, wie funktionieren. Er hat es auch erklärt. Er sagt, man kann Doggecoin bei Internet suchen. Meine Frage für Sie, es ist etwas anderes. Es ist Sonntag. Glaube ich, es ist ein schöner Tag in Deutschland. In anderen Worten, warum Sie es nicht genießen draußen, sondern Sie machen Spaß mit uns. Wir sind ein seriöses Unternehmen. Natürlich. Mit uns, es ist entweder Sie investieren jetzt oder gehen Sie weg von dem Anruf. Sie legen auf. Sie bei mir anrufen, warum soll ich weggehen? Sie haben sich appliziert für diesen Anruf. Ja. Ich habe gedacht, ich war ein seriöses Unternehmen, aber hier Wildschwein bei Telefon. Und jetzt bitte erklären, wie funktioniert das? Genau. Aber Herr Shandip. Nein, Shandip Vorname, bitte Nachname sagen. Wir sind freundliche Menschen. Okay? Okay, gut. Sind Sie ein Deutscher überhaupt? Nein, ich bin Ender. Okay, haben Sie die deutschen Dokumenten? Natürlich. Einburger Test machen mit 93 Punkten von 100 Punkten. Okay, also Sie haben die deutsche Ausweis oder Reisepass? Ja, deutsche Passport haben. Sie haben ein deutscher Pass? Ja, deutscher Passport. Gut. Das bedeutet, dass Sie mit uns zum Beispiel handeln können, weil wir müssen arbeiten, nur mit den Leuten, die deutsche Pass haben. Ja, kein Problem. Ich habe deutsche Pass. Gut. Sagen Sie mir bitte dann, weil Sie so seriös sind, mit wieviel Geld möchten Sie starten? Mit wieviel Geld möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Der kommt darauf an, welches Dogecoin wollte mir kaufen. Ich wollte 2000 Euro für Dogecoin nehmen und dann gucken, wenn guter Profit, guter Erfolg, dann mehr nehmen und probieren. Und wenn Sie es tätigen mit Ihrer Visa oder Mastercard dann? Das ist mir egal. Egal. Okay. Welches dann dabei, welches dann Gerät dabei haben Sie? Es ist ein Laptop oder PC? Sangria. Was? Haben Sie ein Laptop oder PC dabei? Was benutzen Sie? Computer. Ich bei Computer sitze. Computer. Okay. Und Ihre E-Mail-Adresse läuft diese Otter zu und so weiter, ja? Welche? Otterzubuchtotterbach.gmail.com. Richtig? Ja, das ist mein Company-Adress, ja. Kurz. Okay. Wenn Sie möchten, dann gerne eine einmalige Einzahlung tätigen in der Betrag von 2000 Euro, haben Sie gesagt, ja? Ja, ja. Und dann anfangen. Und gucken, ob gut funktioniert, machen und dann kann man mehr machen. Okay. Okay. Also, was wir jetzt dann zu tun werden, wir werden diese einmalige Einzahlung tätigen in der Betrag von 2000 Euro, damit ich es schicken kann und alles andere, was dazu gehört, okay? Okay. Gut. Öffnen Sie bitte Ihren Posteingang, da werden Sie sehen, eine neue E-Mail von Herr Benjamin White, obwohl ich in der Leitung bin. Und wenn Sie es erhalten haben, bitte sagen Sie es mir. Ja. Der Name und der Betrag von der E-Mail heißt Kontoaktivation. Okay. Und wo Ihre Company sitzt, wo ist bei Deutschland? London? England. Genau. Sehr schöne, sehr schöne London. Epicenter. Epizentrum? Okay. Ja. Ich wünschte, Sie wären bei einem Epizentrum von einem Erdbeben, aber sehr gut. London, sehr schöne Stadt, oder? Genau. Ein bisschen zu viel regnet, aber was zu tun? Zu viel Rehe? Ja. Kennen Sie den Witz, wohin geht ein Rehe mit seinem Date? Nein. Ins Restaurant. Oh, 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 oh. Gut. Können Sie mir bitte sagen, haben Sie die E-Mail erhaltet? Bei mir noch keine Mail kommen. Gucken Sie auch in Sparmarkt? Gucken Sie auch in Sparmarkt? Sparmarkt? Sparmarkt. Sparmarkt? Nochmal bitte? Sparmarkt. Sparmarkt, wo die Werbungen gehen. Ja, Werbung. Ist es eine Werbung, was Sie schicken? Nein. Okay, dann mal gucken. Da gekommen, aber bei Normalpost, nicht bei Sparm, bei Normalpost. Und was ist das für ein, äh, bitte kopieren Sie diese, was ist das für eine Nummer? Hallo? Madam? Hallo? Ja, ich bin da. Ah, Telefon kaputt. Hallo? Haben Sie die E-Mail erhaltet? Ja, ich habe das E-Mail erhaltet. Okay. Was, äh, bei den E-Mails, bei den E-Mails ein langes, äh, Wort mit Zahlen und Buchstaben. Genau! Das ist Ihre persönliche, äh, Bitcoin Wallet. Kopieren Sie bitte diese. Es fangt mit, äh, welcher Nummer an? Äh, mit, mit, mit drei. Drei. Und, und, okay, und dann endet mit? Äh, mit MC. Großes M, kleines C, oder? Ja, ja, ja. Gut, kopieren Sie diese. Okay. Kopieren, fest. Und dann, genau, später wir werden es einfügen, und dann werden Sie sehen unten einen Link, ja? Ja, Wunder Coin. Gut. Klicken Sie bitte drauf. Und das ist jetzt mein Bitcoin-Adress, was Sie bei meinen schicken? Genau, genau. Dann kann man ausdrucken, ja. Genau. Ja. Wenn Sie klicken auf den Link, was erscheint dann? Äh, Registration. Gut, sehen Sie oben links, wo steht die, die En-Taste, damit Sie die Sprache ändern können auf Deutsch. Ne, warum denn? Weil, Sie sind ein Deutscher. Und ich bin Inder. Okay, dann lassen Sie es auf Englisch. Okay. Äh, diese Wunder Coins ist ein unabhängiges regulierter Unternehmen, das die Umtauschdienste für die Kryptowährungen anbietet. Okay. Und nachdem Sie sich für den Kauf der Kryptowährung entschieden haben, können Sie diese auf Ihr Handelskonto mit uns überweisen, okay? Alles klar. Gut. Äh, wenn Sie kommen zu dem Schritt, wo er sagt, mobile Nummer, bitte sagen Sie es mir, okay? Ja, also soll ich jetzt meine Sachen einschalten, okay? Genau, genau. Also First Name, Last Name und so weiter. Okay, machen. Aber großes Problem, bei Gender man nur Male oder Female eingeben kann. Was denken Sie dann? Ja, ich bin ein Goat. Ein Goat? Ja. Das bedeutet the greatest of them all. Ja. Right. Genau. Äh, versuchen Sie mit Mail. Okay. Okay. Sehr gut. E-Mail. Mobile. Äh, mit, äh, mit Vorwahl, right? Genau. Also Sie werden sehen, äh, als erstes kommt, kommt Country Code oder, oder, ja, Country Code. Sie sollten da auswählen. De plus 4 9. Plus, ja, 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 wissen, wissen, okay? Und danach in der nächsten Käffchen tippen Sie Ihre Handynummer ohne die erste Null. Ohne die Null? Genau. Die erste Null, meine ich. Okay. Ja, die erste Null. Die andere ist bei Telefon. Und jetzt die Null weg. Genau. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich reinschreiben. Was sollen wir jetzt machen? Wo genau? Bei der? Bei Mobile? Ich nur mal reinschreiben. Genau. Ohne die erste Null, wie ich es gesagt habe. Ja, ja. Ich machen. Ich machen. Haben Sie das gemacht? Ja. Ich reinschreiben. Okay. Was ist dann der nächste Schritt? Country, State, Province, City, Address, Chip, Code, Referral, Code, Referral. Was steht hier? Country, India. Ja. Aber Sie leben in Deutschland, oder? Ja, ja. Ach so. Muss ich jetzt wohnen? Okay. Kein Problem. Wenn Sie einen deutschen Passport haben, dann müssen Sie in Deutschland wählen. Ja. Aber ich will für immer meine Indische Mutterland, oder? Das ist ... 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 Das muss ich ehrlich sein. Mit diesem Formularen hier. Ja. Das ist ... 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 Die Telefone number Without der atmosphere 0 ... Right? Without ... Das ... because for that we have this 49 Oh my god. Currency Euro. Oh, now it's working. It's asking for password and retype password. Exactly. So you need to type in two times the same password. The password needs to contain minimal eight characters with one capital letter, one small letter and some numbers. Okay. I did it. Very good. And then you have three boxes underneath that says that you agree to terms and conditions for this Finance Institute. And then when you click all three of them, what do you see? Should we go over terms and conditions and privacy policy first? It's a standard procedure for every Finance Institute. I believe when you update your Facebook app, you don't read the terms and conditions. Normally I don't pay $2000 to Facebook when I update the terms. Exactly. But right now you're not making any commitment to it. So just click on those three checkboxes and then click on submit underneath. Okay, so it's a general registration first, right? Exactly. Okay, so no worries, no worries. So personal information. And it's the same stuff again. I'm not a U.S. citizen. U.S. resident, exactly. And you are not a politically exposed person, which means that you are not Angela Merkel. No, obviously I'm not. I'm way more beautiful. Let's hope. I'm way more beautiful than this Gremlin. Well, about that you are right. She is Gremlin. Oh, she very much is, of course. Politically and physically. Oh, indeed. Somebody fed her after midnight. So next stepping. Wanda coin. Sounds like Wanda bra, right? Exactly. What do you see next? What is your purpose in opening this account? Exactly. So right now in front of you, you will see five questions regarding your trading in general. Okay. I want to assure you that this questionnaire is not relevant in any kind of way towards your trading in the future, which means that you can answer to the questionnaire however you want. Okay. But when you are done, let me know. Long term. If it's asking, will you be using your account for your personal use? Should I answer with yes or no if it's related to my company? I'm sorry? It's asking, will you be using your account for personal use? Should I answer yes or no as I'm using it for my company? But it's your company, right? Yeah, it's my company. But it's not... So it's a personal use? Okay. If you put it like that, it's personal use. Very well. Very good. Okay, the next one is asking about the anticipated value of annual transactions. I have no idea what's coming up with Doggo coin. Do you have any recommendation? Whichever you choose. I don't think that I should have any impact on this. Okay. Self-employed. As I said, this questionnaire will not affect your trading in the future. Oh, okay. It's not. Okay. So it's not like German passport test. If you fail, you are out of it. For example. Okay, so up to the next one. For how long are you living in Germany? 13 years. 13 years? Right. And so fast you have reached the point where you have your own business with over 300 goats. No, 275. So we're expecting some more. But you're expecting 30, right? About 30, yeah. So in general it's 300. Yeah, it's the highest amount of goat we ever had, but the demand is very high actually right now. Uh-huh. Because people are buying the goat. And where do you live in Germany? We live in Sachsen-Anhalt. Do you know it? Oh, very good. Very good. It's very, very nice landscape, but right now winter is coming in very hard. It's not the best weather for the Indian highland goat. Every landscape in Germany is the best one, believe me. I used to, I have a lot of family and friends in Bonn, in Nordrhein-Westphalen. I also know Bonn. I have been to Bonn for good, what do you say? Presentation. Presentation, right. So it's asking for the user verification. Very good. Do you see underneath a button where it says I will do it later or continue? Let me scroll down. Yes, there it is. Very good. When you click on that, what do you see? It's loading. So it's asking select coin, bitcoin. Very good. It's missing the docker coin option. You will find that on our website. Right now we are using this as a third party company just to provide you with a one time deposit. Oh, so it's not your website. I thought it was your website. In the beginning of this guidance I told you that this is an independent regulated company. For your security we are doing a regulation away. Ah, okay, okay. I had so much information. I don't remind anything you did me, sorry. That's why you have me on the line. I'm walking talking encyclopedia with this. That's very good. You always need people on their special field to be like the encyclopedia. Exactly. And then later you told me I'm not taking care of my clients. For me it's goat and hunting. People come to me if they have questions about hunting and goat. Exactly. If you are sick you go to the doctor. If you want trading you come to me. Oh, very, very good. Very good. So for the step number two you should see insert amount. The minimal amount is 250. But if you want to start with the 200 or 2000 which is the highest amount. Yeah. Type in just 2000. Yeah, but right now I'm registering for Bitcoin. Can I get Dogecoin anyway? Okay. You are right now making a one time investment. Okay. In the amount of 200, 2000 euros, right? Yes, right. And then later, we are just now making a transfer but later you will see two grand on your trading account and then on our platform you can choose whichever cryptocurrency you want to invest in. Oh, so it's like a transfer from one pocket to the other? Exactly. Ah, okay. You got it right. I'm starting to understand. It's very, very difficult if you never dealt with something like that. I know. But listen, I'm trying to transfer you my knowledge that I took seven years of college to learn everything. So it's not that easy just in one phone call. Oh, I studied farming, right? So I don't have any idea about banking and finance. You know what I mean. You are a master in one department, I'm in the other. Oh, let me tell you. There are so many different bridges and spaces of good. You have to learn them all. They show you like picture of the eye of the goat and you have to tell them which one they just showed to you. Otherwise, you don't have a chance. I completely understand. So for the step number two, you should type in 2000. Yeah, I'm aware of how to spell 2000. Thank you. Yes, but this is a catch. If you put additional 00.00 it will not go through. Oh, sorry, sorry. So a four digit number must be in it. Four digit. I added the four digit. Yeah, exactly. Very good. So this equals to 0.0464323 Bitcoin. And later on we convert this Bitcoin to Dogecoin, right? Exactly. How many Dogecoin would... You will see it on the website. Is it Doge or Dogecoin? What's the correct pronunciation? Dogecoin. Doge, like to dodge a bullet? Yes. It does not make any... But it's not written like Doge. Like to dodge is Ausweichen. I pronounce it that way. How it's written to be pronounced, I really don't care. No, it's very important. I don't want to make fool out of myself when I'm talking to people. Okay. And tell me for the step number three, what do you see? It's asking for... What's that? A crypto wallet. Yes. You paste this long combination of numbers and letters. Okay. I'm piecing the puzzle together. So you created... So you created that wallet for me? That's the number you put in the email. I put it there and then my... My crypto wallet has the amount of 2,000 euro. And with that 2,000 euro, I can buy Dogecoin. Exactly. So when you paste it, let me know. Yes. And how many Dogecoins would I have available later? For 2,000? At around... At around... 529. 529 Dogecoin? Exactly. That's very good. Very nice. So what do you see for the step number three? But... The Dogecoin was about 4 cents. How can it be just 250? It needs to be a lot more. Let me check if the... Did they go up that high? Let me have to Google. But... You cannot deposit... For the one time deposit, you cannot deposit more than 2k. So later if you want to. For the second deposit, you can... So you can put more. But I just did the Google. Dogecoin is 0.05218 cent right now. So I would get a lot for 2,000 euro. Or am I misunderstanding? We will get to that point later. Okay? With the Dogecoin. It's just... Exactly. It's just very important to me. Once you make a one time investment, I will show you how many Dogecoins you can buy into this 2k. Okay? Is it that high of time investment to make a payment every time? Or is it just the first time? No. This is a one time investment. Meaning that the one time investment, you are making an activation of the account. Yes, I understand. Later you can... But if I want to add more money later, do I have to fill out this form every time? No. Okay. It's more easy later, yeah? Yes. Okay. Otherwise, I would just say, okay, let's put 10,000 in. Because I don't want to waste time on those stupid forms. I know. I know. That's why... That's why I'm telling you that as soon as we finish our conversation, you will be seeing the results and of course how much Dogecoin you actually have. Now, tell me what do you see on your screen? Do you see maybe step 3? I'm 4. I'm adding the... I'm copying the code. Pasting. Pasting. Okay. Just copy and paste. I did it. I do it daily, right? On a daily basis. So, the long combination of numbers and letters, it's inside, right? It's inside, right? Very good. It says, can you QR code? Underneath I don't have QR code. Now underneath that... Of course. That's why we don't click it. And then we go on the step number 4 where you will see terms and conditions. Now, you don't have to click every single one of those. When you click the first one, all of them will become blue and then you can click on submit underneath. Oh, it's a lot of points, right? But it's... Exactly. Don't waste... Let us don't waste time. Now, when you click on submit, tell me what do you see? Wait, the first one is I'm aware of the risk in holding cryptocurrencies. What is the risk in? Exactly. The risk is when you're crossing the street. You never know when the car is going to hit you. Oh. Okay. Exactly. So, when you click on that first one, what do you see? If I click on the first one? Yes. It's a blue box, right? Okay. So, all of them should be checked when you click on the first one. Okay. But now I have to return them in condition, right? It's mandatory. Do I have to sign anything and upload my signature? Later, yes. When you make one time investment, yes. You will get it per email online. Okay. Let me check. I just click submit. What should I do now? What do you see? It's looting again. Okay. It's a good sign. It's transfer successful, right? I'm sorry? Transfer successful. Where does it say? On the next paging. Okay. What do you see underneath all of that? Oh my god. I click away. I'm so nervous right now. I click away. Is that bad? No. I said what do you see on your screen right now? I clicked the window away by mistake. I clicked the closing instead of reopening. I was checking the docker coin on the other tab of my internet. Aha. Okay. Should I get like email address? No, no, no. Go back to your email. Okay. And open once again the last email from Benjamin White. Okay. And in that email you should see again the crypto wallet and underneath that the link, right? Yeah, it is. But I forgot to write down your name. What is your name, ma'am? Click on that link and tell me what do you see? I was asking for your name. Aha, Sofia. It's Sofia. And your last name Sofia? Bennett. Yeah. Sofía Bennett. Bennett or Bencho? Yes. Bennett. Doppel-N-doppel-T. It's very, very nice to meet you. I very much appreciating the time you take to on the telephone on a Sunday evening try to scam me for my heart and money. Don't waste it. Don't waste it. Don't waste what? My time. Oh, but I should because you're on a Sunday afternoon you're trying to scam me for 2,000 Euro. You're a piece of shit. I tried to scam you. Yeah, you gave me your Bitcoin wallet ID and I should transfer 2,000 to it. You're telling me it's mine. Do you think I'm that stupid? No, I think that you are that impolite. Oh, I'm very impolite to scammers. Why should I be polite to you? I would kick you in the face if I had you in front of me right now. Let me tell you. I would send all my goat to get you. Bencho. You would kick me in the face? Right. And send all my goat after you. They will run you down. Like the stampede. Even the pregnant ones? Of course. They are the first one to go into battle. Very good. Very good. Very good. So how many people do you scam every day? Tell me. How many people are falling for this bullshit? Depending on how many of them are registered. Like you. Because you fell for that. Oh, I didn't. That means that you didn't. Oh, I didn't submit the form. I'm not that stupid. I acted everything I did. I'm not even Indian. So you think, you think that I'm stupid then? Of course you are. We are trying to scam the people on the internet. There's every, if you google the name of your company, so many warning about the scam. And all the things you did are recorded and are being live streamed to YouTube right now. Would you like to greet your mother? Is your mother proud of you? Bencho. What? Right now you crossed the line. Oh, I did. Yes. You did when you started the call. I'm just reacting to your crime. You did it when you applied for this. Oh, I didn't know. Right now you crossed the line. Oh, I crossed the line. You registered on another website. So we have the legislationation to scam you, Bencho. There's somebody clapping in the background. Was für Mistfiguren. Schicken dir, schicken dir eine Bitcoin Adresse per E-Mail. Sagen, das ist jetzt deine Bitcoin Wallet und da laden wir jetzt 2000 Dollar drauf. Und was machst du? Du schickst das Geld an deren, an deren Adresse und hier auf dieser Seite, wo man das kaufen kann. Das ist wirklich so ein Third Party Ding. Und die, ähm, die können das dann auch nicht zurückerstatten. Das heißt, wenn du wirklich so blöd bist, da drauf reinzufallen, dann ist dein Geld weg. Also, auch diese Masche bitte abspeichern im Kopf, wenn ihr euch für Kryptowährungen interessiert. Fall nicht auf irgendwelche Leute rein, die euch aus dem blauen an einem Sonntagnachmittag anrufen und dir erzählen, ja, ich habe jetzt deine Kryptowallet-ID für dich erstellt. Schick da mal 2000 Dollar drauf. Ich meine, wie blöd kann man denn sein? Infinite Capital G ist der Name dieser Betrüger. Merkt euch das? Viel Spaß! Finanzabteilung von Infinity Capital G Plattform. Ja? Sie haben heute mit meinem Kollegen und meiner Kollegin telefoniert, richtig? Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, was ist passiert, wieso Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert ist? Ja, das könnte dran liegen, dass Sie halt im Prinzip versucht haben, über die Hintertür an meine Ersparnisse zu kommen. Wie meinen Sie das? Ja, so wie ich das gesagt habe. Wer hat das versucht? Na, die Frau und der Mann. Die Sophia Bennett, ne, die hat ja versucht, mich abzuzocken. Äh, okay, äh, ich habe es gesehen, dass Sie sich eigentlich angemeldet haben, mit dem Bitcoin zu handeln. Ja, aber das gibt Ihnen ja nicht das Recht, mein Geld zu stehlen, oder doch? Niemand macht das. Ja, ne, weil ich nicht drauf reingefallen bin. Aber es geht nicht um ein, also Ihr Geld zu stehlen, oder so? Ja, natürlich. Sie haben mir einen Link per E-Mail geschickt mit einer Bitcoin-Wallet-Adresse, also mit Ihrer. Ja. Und haben mir gesagt, ich soll da 2.000 Euro drauf einzahlen, das wäre meine eigene Bitcoin-Wallet. Das ist ja vollkommen gelogen. Ich habe das ja im Prinzip auch alles auf Video. Gut. Es ist gut, dass Sie es auf Video haben. Das ist gar kein Problem. Ja, doch, wird es ja werden. Nein, das ist gar kein Problem. Sie haben sich angemeldet, dass Sie mit dem Bitcoin handeln. Ja, mit Bitcoin handeln und nicht abgezockt werden. Das ist so, wie wenn ich mich für einen Stand auf dem Flohmarkt anmelde und dann irgendwo zum Steineklopfen hin verschleppt werde. Äh, die, äh, die, äh, Frau Bennett hat Ihnen einen Link gesendet und dieses, äh, Bitcoin-Wallet. Ja. Wo Sie, also auf Wundercoins sollten Sie dann einen Teil von Bitcoin kaufen. Richtig. Und Sie müssen mit diesem Teil von Bitcoin auf den, äh, Finanzmarkt gehen und mit alle Kryptowährungen handeln können. Ja, aber das war ja nicht meine Bitcoin-Adresse, wo ich das hin überweisen sollte, sondern Ihre. Das heißt, da hätte ich da 2.000 Euro eingezahlt und dann wäre mein Geld weg gewesen. Also, Sie dürfen die Menschen mal nicht für so blöde halten. Und Sie müssen aber nicht 2.000. 2.000. 2.000. 3.000 Euro ist das Minimum. 3.000 Euro. 3.000 Euro. 3.000 Euro. 3.000 Euro. 4.000 Euro. 4.000 Euro. 4.000 Euro. 5.000 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 Euro. Hühnchen, na komm du Drecksau, red weiter mit mir. Nun komm, ich weiß, du willst es besorgt haben vom alten Maulwurf, dass sie auch noch die Dreistigkeit haben, da nochmal anzurufen. Ja, sie sind nicht auf unseren Betrug reingefallen, warum denn nicht? Ja, weil ihr offensichtlich zu blöde zum Atmen seid. Etwas für Trottel das gibt, ey, rede mit mir, du Drecksau, hier ist Dimitri Bagatov von der russischen Botschaft. Ich sehe, dass du noch in der Leitung bist, du Ratte, rede mit mir. Du hast 5 Sekunden wieder ans Telefon zu kommen, sonst lade ich gleich das Video bei YouTube hoch, wo ihr versucht habt mich abzuzockern. Schicke das an alle Aufsichtsbehörden, die es gibt. Nicht, dass euch das interessieren würde, aber dann steht überall, wenn jemand bei Google Infinite Capital G eingibt, wird das Erste, was passiert ist, dass oben mein Video kommt. Und Infinite Capital G, Scammer, try-off, to pull der Lousy Trick. Das könnt ihr haben, oder du redest mit mir und gibst mir ein Interview, du Drecksau. Los redest mit mir, du Schlampe. Sa ruzne rošenjiz, pa snadnostna maba, pa nudna pa ženje, pa nas ni pa na. Sa ruzne bože, mi sta valdni kasnotna, pa ručnisna pulna. Putin, ta du ni ta da. Wir kriegen euch alle und jagen euch wieder, bis ihr nicht mehr im Internet shitet. Ihr Wichser, wir kriegen euch alle und ich hab eure Bitcoin-Adresse und alles auf Screen. Putin ist unser Präsident, von heut bis an der Welt sein End. Und die Betrüger, die sterben da da, unser Präsident Putin, ja, der kriegt alles Gemmer da.